Schade, hat nicht geklappt. Oh, kacke. Ja. Das hört sich schon gut an. Nein! Wollen wir warten, Jocky? Ja, komm. Kann das sein, dass ich falsch gefahren bin? Das ist gut möglich. Nichts ist unmöglich. Ich fahr hier die ganze Zeit hinterher. Was geht mit mir, Mann? Wollen wir euch hier zur Strecke wieder zurückeskortieren? Wäre fast eine Idee, wa? Ja, starten wir mal hier. Spiel neu hier. Ja, Spiel neu laden geht jetzt nicht. Aber vorteilhaft ist, spätestens nach einer Stunde ist das Rennen vorbei. Oha. Also eine Stunde habt ihr Zeit. Warte mal, ich geh mal die Tine suchen. Warte mal, Nico, lass mal zu denen fahren. Die weiß irgendwie... Alter, was machst du denn für Dinger? Was sind das denn für Bugs, Alter? Komm, wir fahren mal zu ihr. Der Esel. Guck mal, gefunden. Warte, wir holen dich wieder. Cora Schumacher ist ein Witz dagegen. Ich fahr nicht mehr. Ich fahr nicht mehr. Ich glaub, wir waren zu gemein. Oh. Passt du, liegst du auf dem Rücken oder was? Warum fährst du nicht mehr? Ich fahr doch. Ne, sie. Du, die ist doch hier vorne. Das ist Philipp, wa? Ja, ja, ist doch klar. Ne, nicht mehr. Ja. Ach, nicht mehr. Bist du das jetzt wieder? Yo, Frikki, geh direkt mal auf Kuscheln. Ich war los. Wow, 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 wow. Bremst du, Bremst du, Bremst? Wow, wow, wow. Scheiße. Du, Bremst, warum bremst du denn die? Ich gebe besser als ein Auto in der Bremse. Ja, wo verbremmst du die? Ja, wo verbremmst du die? Ja, das ist blöd. Ja, das ist blöd. Selbstverständlich. Haha, Glocki. Ich bin jetzt alle zurückgekommen. Was nimmst du denn die Erste? Ich muss fahr mal hier vorne halt so hoch, ja. Hier. Vier hoch. Geht mit dir, Mann. Ich fahr doch einfach. Oh nein. Das war, äh, au. Weißt du? Ja, ja. Richtig, der Gentleman. Thales ist so ein richtig Scheiß-Gamer. Der haut einfach ab, so dass er nur mit der Erste wird. Ist so. Ich meine, es gibt nur eine Runde. Runde vier. Na. Boah. Nein. Nico. Digga, Alter. Das sind die Teilnehmer. Nee, ich, ich, ich. Jetzt einfach nur R2. Einfach nur Gas geben. Hallo, ich glaube, ich soll das Zeug aus dem Kopf lassen, Mann. Was für Zeug, ey. Brausepulver oder was? Nein. Wow, fuck, 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 fuck. Soll ich auf euch warten? Wäre mal eine Maßnahme, Brütt. Oh, komm, da bremsen sie nicht. Oh, komm, da bremsen sie nicht. Oh, oh. Miau. X, gleich viel Zuschauen. Gehen wir mal auf. Nicht auf Glockstar. Gas, Gas. Oh ja, Gas. Gucken wir mal auf Backpack Bette zu. Ja, nee, Papa. Unglaublich, Frau. Wäre mal auf die, äh, weiß man nicht. So in real life I've fallen. Ja, wir, äh. Ja, der hätige Roma, ne? Sonst hätte ich mich nicht. Überhaupt nicht. Ich kann doch nichts passieren mit der Lärmung von dir schwingt, oder? Passt du, hör doch auf das Mädchen zu haben! Das ist eine Ausfahrt, das ist eine Schuhe einfach, oder? Wenn ich das jetzt fahren... ...wann ist... So, die Strahler brennt! Oh, sie hat gebrennt! Oh, sie hat gebrennt! Oh, oh Gott! Das ist mies, alter Miese! Ja, hat doch wunderbar geklappt! Wer ist erster? Wer ist erster? Wer ist erster? Die Pussy vom Dienst, ey! Jetzt lass mal, lass mal, lass mal Bombenanschlag machen! Nein, wir machen jetzt Team Deathmatch! Genau! Bombenanschlag, Alter! Jetzt zog ich einmal wieder, das geht sogar nicht klar! Jetzt mach mal schön Team Deathmatch! Und jetzt schauen wir mal! Oder Noose Alarm! Noose Alarm? Was denn? Noose Alarm! Bei ihm heißt es Noob Alarm! Passt los da! Der Noob ist da! Yep! So, wir machen auch nur ne Viertel oder sagen wir mal 20 Minuten! Ja, das reicht auch, weil wir haben uns schon ziemlich spät und ich wollte auch meinen Besuch dann wieder nach Hause bringen, eventuell! Weil das sonst n bisschen blöd ist dann... Was heißt denn nach Hause bringen? Dann noch bisschen... Dann noch mit hochgehen auf... Test den Kaffee, ne? Huss Kaffee! So! Nico, pass auf was ihr sagst, ich glaub dir deine Perle! Pass auf! Ne 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 ne! Ha! Schaffst du nicht im Leben, Alter! Ja, ich hab Schaden, Junge, ich kann deine Perle auch cracken, Mann! Weil ich hab sie schon nach dir gewarnt! Nach dir gewarnt? Ja, das glaub ich dir sogar! Vor dir gewarnt, Entschuldigung! Nach dir gewarnt, ja! Vicky, komm! Hab ich doch! So, Leute! Jetzt geht's los! Philipp und ich gegen... Nico und David! David kann man noch erwähnen, aber... Aber... Sagen wir mal... Die Mutter kann man noch erwähnen, Alter! Sagen wir mal, Philipp und ich gegen David! Ja! Du wirst jetzt sehen, Alter! Ja, weißt du? Ja, ich hab jetzt einen Partner hier, der nicht auf mich schießt, Alter! Scheiße! Scheiße! Nico! Du bist nicht an Erster gestorben, das ist natürlich schon mal... Ja, kannst du mal sehen! Ey, weißt du, wie lange ich keinen GTA mehr gespielt hab? Ja, ich auch nicht, so anderthalb Jahre. Ja, nur komm mal! Alter! 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 Ich merke, ich sende dich! Das ist eine Katze, das dachte ich... Das ist ne einseitige Sache, ist das hier! Muss ich mir ehrlich selber machen! Pass du, mach mir auf, erst hier! Versuch's erst gar nicht, mein Freund! Ja, pass du, endlich mal, ey! Sag schon, du wärst eingerostet da hinten in der Büchse! Ne, Büchse da! Glocki, wo kommst du her, aus welchem Bundesland? Wo sprengen sie so? Ja! 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 Jo, Digge! Wo kommst du her? Was geht mit dem Headset, Alter? Das wollte ich auch immer so am Knacken! Ja, ja! Ja! Ach so, hat bestimmt eine Langeweile mit Flugladen und Dings rum! Richtig! Ja, das ist, das ist Klux da! Hast du schon mal den Finger in den Arsch geschoben? Hast du? Ja! Ist dann! Für eine Langeweile! Und? Spaß gehabt? Ja! Ich habe keinen... Fox, was geht mit deinem Headset? Wieso kommt denn? Was soll denn da mit hingehen? Das rauscht voll! Das rauscht voll! Das rauscht bei dir im Kopf! Ey, Digga! Das wird vom Arsch, Alter! Gibt dir gleich den Headshot, Mann! Das zieht doch siebler an! Das ist wirklich so! Das war so geil! Ich feier das grad, ey! Richtig trocken, ey! Boah, ich mute den gleich! Alter! Geht's halt in einem Team! Jetzt halt in einem Team! Ja, Alter! Das geht mal gar nicht! Und das willst du hochladen? Jetzt wird's auch! Ich kann auch nur das Video hochladen! Umso peinlicher Bits für euch, wenn ihr euch nicht rechtfertigen könnt! Schöne mal, ja! Ich muss mir erst mal Waren spielen! Schöne mal, Alter! Mach erst mal dein Headset heile! Haha, süß! Digga, wir verkacken hier! Was los? Digga, es ist voll scheiße, Alter! Ist dir gar kein Mann! Problem geworden! Ach, übrigens! Keine, man sieht wieder was, wenn man die Augen aufmacht! Geht nicht! Ich bin voll fick und fertig hier! Ja, vor allem das zweite, ne? Oder hast du gesagt, gefickt und fertig! Ja, gefickt! Ach, mein Geld! Mein Revier in Dunkel! Junge! Hab einen gekillt! Ja, das ist eine gute Idee! Das ist eine gute Idee! Das ist eine Peile! Das hat hier auf Gymnasium! Das kann ja wenigstens noch was lernen! Also, wenn wir dann was lernen! Das sind natürlich! Zack! Darf ich dich korrigieren? Marien-Gnasium! Das war's! Das war's! Und das war's! Ich wollte das jetzt den... Ich wollte das jetzt den Zuschauer nicht unbedingt präsentieren, welchen Gymnasium sie ist, weil sie mir jetzt natürlich das Gymnasium herauskennen können, wo wir wohnen! Ja, aber sehr schlecht! Sehr schlecht! Digga, weißt du, wie viele Marien-Gymnasium es gibt? Alter, pass! Oh, du! Schwule! Waffe! Ich brauchte ne Waffe! Ich brauchte deine! Ich steck dir den Finger in den Arsch! Du hast denn ne Waffe! Digga, Glocki! Digga, du sollst dich das Auto umlegen, Alter! Das Auto umlegen! Du sollst die Typen umlegen! Ja, hast du gesehen, ich hab da paar so mitgenommen! Woher denn? Hast du um die Ecke gebracht, ne? Ja! Oh, wie ihr Spaten, Alter! Oh! Geil, ja! Gefirrt mir wieder, Jabbat hier! Die sterben wieder, wie die Vögel, oder? Das ist... Das ist voll mein Ding, oder? Ich hab grad bei Battlefield schon so scheiße abgekackt! Die MW3 zieh ich euch alle durch! Ja, MW3 will nur keiner spielen, weil ich war ein Tag bei dir! Und wir spielen mal MW3 zusammen, wer gewinnt, also Einzelplayer hat er gewonnen, weil er die Maps kennt. Multiplayer, wer hat hinterher Punkte? Ich! Laberstuh! Ja, ist so! Ich hab das Bild von mir gezogen, das ist natürlich dann schon... Ja, ja, ja! Ja, das ist aber Niko! Ja, klok ich da! Du, deine dicken MW3 sind! Ja, ja! Zeile, ich komme aus! Alter, ich schweine weg, ey! Was ist denn der MW3? Pasolidchen! Ja! Ja! Jetzt komme ich von der anderen Seite und ziehe euch nur an Zürich ab! Digga! Pass auf! Hinter uns! Ich wusste es, Mann! Boxta, Mann! Du warst bei mir! Penner! Geiiiil! Geiiiil! Ihr seid irgendwie niedlich! Ja, irgendwie schon, ne? Deine Mutter ist niedlich, Alter! Ja, uh! Ich weiß! Das finde ich auch! Das ist schon heißes Eisen! Ich geh offline! Haut rein! Rage! Ragequit! Wie geil! Dass ich das noch miterleben darf! Klar! Warum nicht? Was? Na ja, ja! Uh! Jetzt komme ich mit meinem dicken Schwanz hier! Aua! Vielleicht nicht, ich lache! Soll ich auf damit! Nein, Digga! Haut drauf! Alter! Was? Geiiiil! Ich baue Bomben sich irgendwie auf! Ich weiß es auch nicht! Mann! Oh, der war geil! Aua! Könnt ihr mir schon wieder richtig einen draufkollen, ey? Alter! Äh! Erschrocken! Na, ich erschrocke mich immer, wenn ich die sehe! Hm? Meinst du mich, oder? Nein! Er hat doch halt gefragt, erschrocken! Nämlich so! Der Paso war erschrocken! Ja! Hast du nicht gesagt, er war erschrocken? So! Er versucht einer hoch zu gehen! Das ist Klokstar! Das ist Klokstar persönlich! Das ist Klokstar persönlich! Na, hörst du wohl auf? Das muss gelernt sein! Ja, du hast kein Auto, was hinten aufhängt! Nein! Nein! Tja, kannst du mal sehen! Ja, nie weh, ey! Er fällt auch noch runter! Wir haben ihn vorher noch gekühlt! Ey, wir sollen ja nicht so viele Flecken machen, wenn er aufklatscht! Ja! Macht's ja nur Dreck! Ja! Und ich verschloss in der Wiese nicht! Die Geld steckt da auch noch drüben aus, Alter! Nein, 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 nein! Na, sicher! Dann läuft er hinter so'n Ding her und ich krieg Dreck nicht mehr! Was ist das für ein Scheiß? Hoppla! Was ist das für ein Gewehr? In der Schule? Ja! Da hast du das Gefühl, das Teil hier um der Ecke steht! Ja, stehe ich! ja gut nach dem Gämmen ich meine Besucher ist mal weg, damit das hier nicht so ein bisschen so ausatmet das ist schon ganz komisch vor wenn man den Mädels so schütt am Säder bringt ihr versteht mich, ne? nein die Indy hat gar nicht zugehört so ist es besser, ne? clockstar, bitte was denn? dein Headset, man was ist denn mit? das klatscht immer ein bisschen das klatscht, das kratzt, alter das applaudiert danke, du Wixer bien geschehen, du Nutte ist ja schon die Kröne, irgendwie ist so, ne? ich war grad nicht am Kontrolle sehr interessant ich bin nie am Kontrolle und die killen mich hier warum hat sich dann deine Figur grad bewegt? ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht irgendwie wirkst du so unglaubwürdig killing clocks, da kommen wir zu zweit, Alter ne, leider nicht leider nicht leider nicht ja wie geht denn das? oh Gott, was will im Himmels will, heißt dieser nur Mann, 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 Mann Mann, Mann, Mann komm her, mit clockstar, komm, wir fahren mit Auto, Alter wir sehen, die ist geil, die Styler hier haha, Styler, sagt er süß das kommt so bald mit Auto irgendwie so ey, wir müssen uns ja irgendwie wehren ja, ich hab dich noch umgefahren, geil ja, Wahnsinn das kann nicht noch laufen haha ja ach so, dass du siehst, den Finger ist da schlimmer, ne? mhm ja, der hat mich getroffen, halt mit meiner Maschinenpistole weil wir beide auf dich geknallt haben haha verdammt meinung, klasse warte, nehm ich mit ich hab dich auch gekillt, warte, weil du in den Schuss mal gelaufen bist geil nein, ey du Held, ey ich glaub, Freddy, die Falle ist ganz lustig am Horn müssen wir auch passen joo kann man schon fast so ausdrücken, ja Doxa, denkst du dran, immer schön Geld aufheben ach, erzähl mir nie sowas Gott, die Karre brennt ja haha Wahnsinn, wa? ja Nico, streck mal ein warte, ich warte, Moment, Moment oh, Moment ah, zu spät oh, Nico NEIN hahaha ne, ne, ne das war so, das wie nicht mehr lustig das war jetzt aber wirklich echt fail, man alter wie mies oh, jetzt hat der immer noch Sterlschutz, äh, Sterlschutz, äh Sterlschutz, Spawnschutz und so von Unfair da kann ich noch nicht und traut euch um Ecke ich trau dir ja, so lange da Mr. Mr. Dumm es ist bestimmt, ne Peaches are here boah, ist doch voll dumm der wird immer wieder an der gleichen Stelle gespawnt ja, dann lauf doch mal woanders in nö wenn man weiß, wie man's machen muss dann kriegt man ihn ja trotzdem ja, aber der hat erstmal so einen dummen Schutz noch drin und dann kann ich selbst wenn ich der Wüsterbegeber bin, den ich kille konntest du mich denn da jetzt treffen du hast mit deinem Kopf, äh, rausgeguckt ah, so eine Scheiße ja immer dieser Scheißkopf, ey nie da, wo man ihn braucht rede du, dass der angewachsen ist wenigstens, ne ja, manchmal ist das gut Digga boah, was machst du hier? boah was rennst du denn auch dahin? du hast ja schon Spawnschutz, alter das ist GTA, alter du kannst dich voll den Arsch schieben die werden immer direkt vor einem gespawnt der ist ja die ja, der ist ja die überlassen, wie fair ich doch bin, oder? der ist Spawnschutz, komm hier in da jetzt haut er ab ne ich will nur sterben, warte sieh so wie gesagt, der wollte ich nur sterben warum, warum hilft sie denn? weil ich kein sozialer Mensch bin Feinum, Feinum! hast du? hab noch erwischt ja, er hat mich noch erwischt, aber bringt ja nicht viel ne nö nö nö, ja, selbst einseitig ist die erste beste Lösung, was er sich what? sichern, dass du nicht schon eingebunden hast das hab ich nie behauptet ja, aber brauchst du schon da einen weg wofür, wofür auch im Sauerland, die Brauerei fällt sie, sie ist ungefähr 13 Kilometer von dir weg, das sind gefückte 10 Minuten Digga, das will keiner wissen, alter natürlich ich wohne ja nicht im Sauerland, also von daher ist mir das scheißegal ich sag mal so, ähm, Paderborna for the win da hat er jetzt was riskiert, du äh, ja, Freak hat auch was riskiert, da hat er dann verloren du hast deine Mutter gleich verloren, alter alter, jetzt mal ehrlich, geh doch nicht immer auf seine Mutter drauf Alter 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 Alter, ich hab meine Mutter verloren, mir egal der hat nie zu steht auf alte Frauen, deswegen steht er so auf meine Mutter, der fühlt die irgendwie attraktiv oder so, ich meine so auch ne ach so, deine Mutter ist alter, ja ich weiß ja, ich weiß auch, aber du stehst da was denn sonst also wenn meine Mutter jünger wäre, ich würde mir Gedanken machen, was meine Eltern mir die ganze Jahre erzählt haben, äh da, ne guck es ihm doch der war schön der war schön irgendwie so logisch Ja, kommt einer mit einer Faust hier oder keine Ahnung, ein Granat. Was für Lied hier war das? Hat er bestimmt gehackt oder so? Du hast ihn mir immer voll erwischt halt. Ja, ja. Frick, gibst du zu sterben, dann sterben. Wie konntest du mich denn jetzt anwesend? Kannst du mir das bitte erklären? Ich hab gehackt. Ich weiß. Ih, du bist nicht hochrot. Die einzige plausible Erklärung, dass er gehackt hat. Ja, ist aber dann wieder schon nicht plausibel, weil er nicht hacken kann. Ja, das stimmt. Ist viel zu hoch für ihn. Ja, wenn du wüsstest, Alter. Ja, was hast du denn gehackt? Dann erzähl mal. Deine Mama. Ja, du hast meine Mama gehackt, aha. Seit wann ist meine Rolle ein Cyborg? Ja. War mir null. Also ich hab mir schon ins Pentagon gehackt. Du bist dann nämlich doch mal mit hier. Boah. Ich hab mich letztens ins Pentagon gehackt. Wollte mal gucken, was an Mama so zu Mittag ist. Du darfst mich überfahren, David. Ich schieß auch nicht. Ja, ne. Das ist mir zu verlockend. Da geht gar nicht drauf ein. Nein. Nein, ich schwöre es dir. Wenn ich schieße, dann... Warte, warte, warte. Ich will erst aufs Fenster gehen. Soll ich die gay? Ja. Ich weiß ganz genau, womit du wartet. Es ist auch bestimmt ein Raketenwerfer. Nein. Ja. Junge. Als ob ich mit Raketen mit einfach schießen. Alter. Oh ja. Was denkst du von mir? Das willst du gar nicht wissen. Ja, ich weiß. Nein. Nein. Ich hab Glucky noch erwischt. Ich hab leider keine Vereinbarung. Ich verstehe. Ah, ist schon geil. Ist schon geil, Leute. Der Akku für Controller 1 ist leer. Ja, deswegen hab ich 2. So ein Scheiß nicht passiert. Das ist schlimm. Dann würde ich selbst runtergehen oder so. ja jetzt habe ich nur noch Messer alter ah du sollst ja auch nicht so sinnlos auf mich schießen Digga komm doch mal hier hin du kannst mich hast du Angst oder was? dann hau ich vor Glocki ab weil der Spawnschuss drin hat und was passiert? ich sterbe trotzdem dafür muss ich das Freaket an glauben oder du? nein oh scheiße die Granate ging nicht mehr hoch was soll ich mal fahren? ach scheue fährt da vor die Wand alter und tot du hast ganz schön lange gebraucht mein Freund ach egal du hast keine Ahnung ich würd mich mal fragen was da los ich hab keine Ahnung ey guck dir mal meinen Punktestand an und deinen guck dir deine letzte Statistik an und meine 1 zu 34 was du da hattest oder 1 zu 49 ich weiß es nicht mehr genau 1 von beiden 1 zu 40 4 ey fikt euch doch verpisst euch hier mein Freund ach scheiße dass du mich nicht sehen kannst ich hab dir nämlich grad mal voll mein schweres ins Gesicht gehalten das mag mir aber doch mal langsam sein Guck mal! Digga, je nach bin ich weg. Ich auch, ist ganz schön müde. Ich bin ganz schön müde. Ja, ja. Sie sagen, es wird zu gern für heute. Ich hab die ganze Zeit auf deinen Kopf geschossen, Alter. Ja, aber du bist am Laufen gewesen, das heißt, du verziehst vorher. Hub doch nicht. Mein Gott. Ist doch wahr, ey. Zu dieser späten Stunde? Du sollst ja noch mal wach werden, ey. Seid ihr wieder am Friedhof? Ah, super. Nein, was schläfst du? Wollen sie sich nicht mehr so weit schleppen, wenn wir sie vergraben wollen. Achtung, Freaky, komm mit so einem alten Oma-Auto. Ich hab immer gefragt, wofür der überhaupt geboren wurde. Ja, dafür auch mal das Auto fahren. Philipp, was meinst du, wie langweilig... Was meinst du, wie langweilig das Leben wäre, wenn man unter niemandem lachen könnte? Ja, äh... Wie mit bist du? Komm, ich schieb dich sogar an, Alter. Ja, dann find ich doch gut von dir. Boah, ey, hab ich so so erwischt. Ja, ich hab auch noch einen Ball, das war jetzt nicht unbedingt sonderlich schwer. Ja, 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 Mann. Ah, scheiße. So, ja. Easy win, würd ich sagen. Schieß doch nicht, Junge. Ich war grad schon von der Aufnahme fast am Beenden, Alter, ey. Und dann schießt du. Ja, Freaky. Deine Mutter. 13 zu 47. Ja. Mach dir mal Gedanken. Mach dir mal Gedanken, ne? Ach, was ich noch so zum Ende dazufügen muss. Ich, Back Battle, war heute... Ich bin eigentlich P39. Ah, und wie jetzt... Nee, erzähl nicht. Ja, das sollte man vielleicht dazu sagen, weil die meisten wundern sich jetzt vielleicht, wer das ist. Hab ich eben zu Anfang der Aufnahme gesagt, aber ist ja gut, ne? Sehr gut, ich hab Alzheimer. Ich hab Jungsheimer. Ja, ich sag mal so, 30 zu 16 kann ich mit leben. Ja, plus 14. Ja. Da ist nochmal jemand, der ist schon freaky aus, ey. Nee, lieber nicht. Warte mal 3, so... Wir verlassen, bitte warten. Ey, bei mir ist der Freaky schon weg. So. Ich verabschiede mich dann von euch hier, hä? Hä? Tschüss, Physiel. Hau rein. Jo, und wir... Das ist jetzt erstmal nur so ein Special, das ist jetzt noch nicht verpflichtend, dass wir das öfters machen. Ja. Aber eventuell machen wir es mal öfters und ja, dann werdet ihr darüber erfahren im... Ja. Keine Ahnung was. So, morgen dran denken, 10 Uhr, nehmen wir Need for Speed auch vor. Ah, scheiße, morgen. Was, morgen? Ha, 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 morgen bin ich nicht da. Ey, ich hab dich gestern noch... Ja, ich beende jetzt erstmal hier die Aufnahme, wir sehen uns wieder. Ciao. Ciao. Schau mal bei anderen Sachen rein. Schau mal bei anderen Sachen rein.